recht herzlich willkommen zur 18 folge von planet nomads ja wir hatten jetzt mal das türproblem und dieses mal also wir müssen drücken und die tür immer noch nicht auf so das heißt wir müssen sie erst mal einschalten und dann noch mal e drücken und sicher da sie geht auch es war irgendein fehler der keine ahnung beim bauen passiert ist wahrscheinlich weil wie man sieht funktioniert die tür jetzt einmal abgespeichert und leicht baggie die pflanze wollte da schön hin und her sieht auch sehr interessant aus ja gut da haben wir dieses häuslein hier gebaut wie gesehen und wir liegen nicht ja was machen wir jetzt das ist die frage wird gerne noch ein paar aber bringt das soweit immer noch weiter zu fahren klar irgendwann sind wir vielleicht rum aber warum kommen ist die nächste frage letzten woche so weit vom weg ab dass wir unsere erste station auch gar nicht finden können das gleiche das fahren war ja auch nicht so dass sie sich aber schauen was kann da eben kaputt weil sie auch nicht wir fahren aber weiter hoch und gucken erst mal was da so los ist jetzt hier aussteigen sehen wir da sind wir nicht weit gekommen tja fahren weiter irgendwie geht es hier ganz schön berg hoch und dass wir es merken oder wie ist das wird jetzt dunkel ich dachte es wird hell ich habe mich vertan wir waren so lange im haus aber gar nicht merkt haben wie die nacht hereinbrechen wird da haben wir weiter gucken was da so los ist hier ist dunkel zwei schicke wäume da auch wäumen kommt es vor als ob bei dem auto die handbremse angezogen also fährt ja weiter geht es einfach fertig hoffen dass wir hier an den steinen vorbei kommen gestaltet sich auch nicht so einfach mal aussteigen sehen wir dann noch den den menschlichen weiß wie lange noch weiterfahren und sieht in der bäume aus wohnen ein langsamer es geht wohl berg hoch wohnen da ist ein busch fahr mal rüber frosche im hals ja geht warum war da der ist noch zu sehen der bieten wohnen aber weiter den berg hoch ja schwierig die berg hoch und schneller und das ist dunkel sieht gerade gespenstisch aus hier irgendwie ne der baum sich da auftun oder der nächste baum die berg hoch steigen wir aus den strahl sind immer noch ja Und drunter her... Spooky hier... Ja, ich fahre den Berg weiter hoch, wenn es den Berg ist, aber muss ja, sonst will man nicht so langsam fahren, oder? Jetzt geht es runter. Machen wir ein Stück, dann geht es wieder hoch. Ja. Da sind wieder weitere Mäuse. So, jetzt ist der Strafwerk. Ja. Fahre weiter. Jetzt wollen wir mal schnell, ne? Aber da ist irgendwie ein Ast oder sowas im Weg. So. Vorne wird es heller. Berg hoch. Und gleich wieder runter. Jetzt wird es heller, ne? Kann sein. Vollspeed jetzt hier runter. Ja. Dann sind wir beim Baum herhängen geblieben, auch gut geklappt. Gut. Gut. Der ist umgefallen. Okay. So. 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 Ich ne? So. So. osten das dämmert nix los hier das ist auch voraus ein dicker baum ja es gibt schlecht wetter fing an zu regnen dass mein berg noch hochkommen hier etwas steiler kommen wir da hoch sieht gut aus oder nicht schnell aber langsam so der letzte hügel im angraf oder nach dem berg gibt es wieder berg mal das ist so kommt da der letzte berg war noch wenn er sich jetzt einen abgrund auftut dann haben wir ein problem ne wir kommen nicht hoch ok das ist ein montag sieht so aus ne komm mal hoch ne oder gibt es noch gar nicht jetzt hier oder er schafft es nicht ok das war ein stein oder so na ja hier mal hoch dann mal links wieder halten im osten wieder es wird er schneller sondern geht wieder auf komische räume schöne lichteffekte wieder stein und jetzt geht es wieder nicht hoch quälerei doch geschafft weiter geht's jetzt mal wieder vorbei diese bäume mit diesen punkten leuchtpunkten die haben wir alle nicht gehabt glaube da wo wir angefangen haben das gestaltet sich schwierig das war irgendeine anfangsposition wieder finden denke ich die roten bäume die waren ja auch gar nicht hier ne also da wo wir angefangen haben glaube fehlten die 100% wissen tun wir das auch nicht wegen dem update ne weil da war ja das update zwischen kann genauso gut sein dass das damit rein gepätscht worden ist haben wir da rechts vorbei das war halt eine andere vegetation wo wir angefangen haben ist so da hinten sieht es mir so anders aus da der tonnenbaum da oder mich jetzt auch nicht an bäume erinnern die so leuchtet grüne leuchtpunkte hatten ne kommt fahr weiter da ist ein ganz karlaberg da sind bäume drauf ich glaube das rote wird weniger kann das sein und die einen bäume sind glaube auch weg schauen wir mal ein paar steine weg einmal vorbeifahren gut und dann wieder gleich den osten na jetzt dieser baum da im weg auch krass da ist umgekippt da noch nicht so ja ist jetzt die frage wo wir jetzt sind ne aber aber ich denke wir machen jetzt erstmal hier eine pause gucken dass wir hier wieder so ein beaken noch vielleicht in der nächsten folge aufstellen wenn wir hier so einen punkt haben diese bäume kommen kommen wir schon eher vor als ob wir die schon mal gesehen haben wie die die wir da vorher alle hatten aber da müssen wir dann mal schauen ok dann würde ich es mal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss